Dora Duncker, Marquise von Pompadour Fünfzehntens Zum vierten Mal war Louis-Kains von Flandern zurückgekehrt. Mit dem Sieg bei Laufeld und der Eroberung von Berch-Obsom hatte Moritz von Sachsen seine letzten Kriegslorbeeren gepflückt. Dann hatte er den Marschallstab an den Grafen Lovondal abgegeben. Während des Königs viermonatlicher Abwesenheit hatte die Marquise das Schlösschen Lasselle bewohnt. Dieser neue Ankauf hatte viel böses Blut gemacht. Man schob ihn dem König zu, der Lasselle für 260.000 Livre von seinem Kammerdiener-Bachelier für die Marquise erstanden haben sollte. Alte Geschichten waren bei dieser Gelegenheit neu ausgekramt worden. Mit ungeheuren Übertreibungen sprach man von kostbaren Geschenken, die der König seiner Maitresse bei der Rückkehr von Flandern gemacht haben sollte. Wieder einmal kochte und siedete es gegen die Pompadour. In einer engen Gasse nahe dem Place de Grève saßen an einem Sonntagnachmittag bald nach der Heimkehr des Königs einige zwanzig Personen, Männer und Frauen, in der kleinen schmutzigen Taverne Pierre Renards zusammen. Ein paar Krüge mit billigem Landwein, Körbe mit weißem Brot standen auf der rohen Tischplatte, um die die Gesellschaft auf langen Bänken saß. Mit erhitzten Köpfen sprach und schrie alles durcheinander, bis ein hagerer Mensch mit schwarzen, struppigen Haaren und einer Trinkernase den irdenen Weinkrug ein paar Mal heftig auf den Tisch stieß. Sacre nom de Dieu, will man mich nun hören oder nicht, schrie er. Ein anderer Schreier schloss sich ihm an. Courbillon hat das Wort, Ruheherrschaften, Ruhe für Courbillon. Der hatte sein volles Glas in einem Zuge leer getrunken und wischte mit dem Rücken der Hand über den Mund. Also, nämlich ist es Tatsache, dass der König nicht nur Lascell bezahlt hat, sondern ein Funkelnagel neues Schloss für die Pompadour bauen lässt. Teufel noch einmal, das halbe Land frisst sie auf, verfluchte Blutsaugerin, schrie es dazwischen. Auch ihren Hofstaat hat der König. Einen Hofstaat, die Poissonniere, kreischten die Weiber. Pferde und Karossen will er vermehren, und wir können hungern. Sie frisst uns das Brot vor der Nase weg, sie und ihre saubere Sippe. Nieder mit dem Lumpenpack, den Poissons, fuhl über sie. Eine hagere Frau mit hektisch gefleckten, eingefallenen Wangen spuckte in weitem Bogen aus. Ein kleiner, dicker Mensch mit einer runden, kurzgeschnittenen, stark pomadisierten Perücke hatte sich erhoben und sprang mit beiden Füßen auf den Tisch. Sie jagt die besten Männer aus dem Staat. Morpa! Was war das für ein Mensch? Der hatte ein Herz für die kleinen Leute. Meinem Jungen, meinem Charles hat er die schöne Stelle auf der neuen Schiffswerft in Marseille verschafft. Den zweiten, den Louis, hat er noch nach Havre bringen wollen. Ihr wisst, ich habe Konnaissancen, und der Minister wollte mir wohl, während er die Kreaturen der Pompadour, die Umstehenden, lachten laut. Sie kannten die Aufschneidereien des kleinen Schusters. In der Sache aber hatte er recht. Nieder mit der Poissonniere. Sie war ein Unglück für Frankreich, und wenn es so fortging, war nicht abzusehen, was daraus werden sollte. Von einem Jahresdefizit von 25 bis 30 Millionen ging die Rede. Ihr übertreibt! Die Marquise ist eine schöne und liebenswürdige Dame, und gut ist sie auch. Ein allgemeines höhnisches Gelächter folgte diesen Worten. Derbe Finger wiesen auf einen kleinen, geschniegelten Menschen mit leicht gepuderter, stark parfümierter Perücke. François muss es ja wissen, höhnten sie. Kein Wunder, er ist ja im Dienst Sieur Dagés, sitzt hinten auf, auf der goldenen Karosse, wenn der Sieur zu Hofe fährt. Der Kleine wurde dunkelrot vor Wut. Ist es etwa eine Schande, bei Sieur Dagé angestellt zu sein? Es ist ein ebenso gutes Brot wie ein anderes. Ein besseres holst der Teufel, schrie Courbillon und schlug mit der Hand auf den Tisch. Der Kleine Friseurgehilfe richtete die Augen schwärmerisch gegen die verruste Decke. Wenn ihr sie gesehen hättet, wie ich sie gesehen habe! Du, François, fragte ein hübsches, dralles Weibchen neugierig über den Tisch, Wo hast du sie denn gesehen, die große Marquise? Bei einer Audienz, bitte, gab der Kleine Stolz zurück. Bist du um den Adel eingekommen oder um den Cordon Bleu? schrie Courbillon. Dann scher dich weiter, Hofpack können wir hier nicht brauchen. Ruhe, Courbillon, fahr den armen Jungen nicht so an, herrschten die anderen. Sie erinnerten sich an manchen Krug Wein, den der kleine François ihnen von seinem guten Verdienst bei Sjordagé zum Besten gegeben hatte. »Ich habe dem Meister frische Brenneisen nachgetragen,« sagte der Kleine eingeschüchtert. »Dabei sah ich, wie wundervoll«, wieder schlug er die Augen verzückt zur Zimmerdecke, »wie wundervoll diese Kanalle auf Kosten des Landes gekleidet war, kennen wir. Von oben bis unten in Gold und Seide, fuhr ihr über die Dirne. Ein Kleid aus englischen Spitzen für 22.500 Livre soll sie tragen, was sagt ihr dazu? Warum nicht, wenn sie vom König haben kann, was sie will? Wisst ihr denn, ob ihr es in solchem Fall anders machtet?« rief Margot Sanel, die kleine, elegant gekleidete Modistin, schnippisch über den Tisch. Sie hatte noch nicht ausgesprochen, als eine Maulschelle ihr auf der runden Wange brannte. Der alte Sanel hatte eine rasche Hand. »Fui Deibel über solche Prinzipien im pertinente Gans!« »Im Golde wühlen tut sie«, rief der lange Flickschneider. »Ihr wisst doch, dass sie sich jede Stelle hoch bezahlen lässt.« »Wenn sie wenigstens fromm wäre, öfter zur Messe ginge, sie soll eine komplette Heidin sein. Die Priester an den Altären sollten sie verfluchen. Mit den Philosophen hält sie's. Ein Freigeist ist sie. Die Jesuiten will sie aus dem Lande jagen. Sie sollte man rauspeitschen aus Frankreich, nicht die frommen Patres.« Ganz am Ende des Tisches saß eine Frau in mittleren Jahren neben einem älteren, stumpfblickenden Mann. Sie hatte bisher noch kein Wort in die erhitzte Debatte geworfen. Jetzt stand sie von der Bank auf, zog das geblümte Tuch fester um die kräftigen Schultern und stützte beide Hände gegen den Tischrand. »Sagt einmal, was nützt es wohl, wenn ihr mit den Fäusten hinter der Pompadour herdroht, hinter ihrem Rücken empört auf den Boden spuckt, sie Kanalle und Blutsaugerin schimpft? Schreit ihr ihre Schande ins Gesicht? Speit ihr vor die Füße? Packt sie bei der Ehre, wenn sie noch eine hat? Wäre ich ein Mann, sacre nom de Dieu, ich kröche nicht feige vor ihr ins Mauseloch. Und auch als Weib liefe sie mir einmal in den Weg, diese Madame d'Étiolle, geborene Poisson. Honig schmierte ich ihr nicht um den Mund. Eine kurze Stille trat ein. »Hm«, sagte dann Sanel, »sie hat nicht Unrecht, die brave Jeanne Fleuron, und wenn sich ihr Alter schon mit Füßen treten lässt, »mit Füßen treten lassen, das tue ich nicht«, brummte Fleuron. »Ich tue meine Pflicht, und dafür zahlt man mir pünktlich meinen Lohn in der königlichen Obergärtnerei. Leben muss der Mensch.« »Jeanne Fleuron«, rief ein Spottvogel, »du bist ja eine Namensschwester der großen Pompadour. Du kannst ihr ja gar nicht Gram sein, ihr habt ja doch denselben Namensheiligen.« Jeannes schwarze Augen blitzten. »Fluch, wer mir diesen Namen gab«, knirschte sie. Der kleine Friseurgehilfe, der die groben Schimpfreden auf die Marquise nicht länger anhören mochte, hatte sich im Hintergrund des engen Zimmers an das dürftige Spinett gesetzt. Er meisterte es nicht übel und entlockte den unreinen Seiten ein neues Lied Rameau's, das gerade in der Mode war. »Halt mal an, Jüngling«, rief Courbillon, der schon wieder über den Durst getrunken hatte. »Wenn mich mein Ohr nicht täuscht, passt die Melodie auch auf einen anderen Text.« Und er fing mit seiner heiseren Stimme zu krechzen an. »Jadier, c'est toi, Versailles, qui fixe sois le bon goût. Aujourd'hui, la canaille, da filen die anderen ein, règne et tient le haut bout. Si la coeur se ravale, de quoi c'est ton ton? N'est-ce pas de la Halle? »Que nous vient le poisson«, brüllte der Chor nochmals und zum dritten Mal. Nur der kleine Friseurgehilfe, Margot Sanel und der alte Gärtner Fleuron, hatten nicht eingestimmt. Außerhalb des Hofes sickerte hier und da die Meinung durch, die Tage der Marquise seien gezählt. Wenn einer ihrer vertrauten Freunde, Jeanne, ein solches Gerücht zutrug, lächelte sie spöttisch und warf den schönen Kopf siegessicher in den Nacken. Wer von ihnen sah scharf genug, um zu wissen, welche Früchte ihre Anstrengungen getragen hatten, sich dem König völlig unentbehrlich zu machen? Wer von ihnen ahnte auch nur, wie ganz sie Louis beherrschte, wie ihr Einfluss von Tag zu Tag wuchs? Es gab kein wichtiges politisches Ereignis mehr, das der König nicht mit der Marquise besprochen hätte, bevor er mit den einschlägigen Ressorts arbeitete. Er gewährte ihr Einblick in die Vorlagen des Parlaments. Er holte ihren Rat für jede zu besetzende Stelle ein und immer seltener kam es vor, dass ihre Kandidaten unberücksichtigt blieben. Sie arbeitete jede Vorlage der Ministerien mit ihm aus. Sie regte ihn immer neu zur Arbeit an, wenn er in Gleichgültigkeit und Zerstreutheit verfallen wollte. Sie stellte ihm stets aufs Neue vor, dass er sein eigener Premierminister sei. Augen und Ohren überall haben, die Zügel fest in der Hand halten müsse, sollten seine Minister nicht nach eigener Willkür disponieren. In Wahrheit hielt sie diese Zügel in der Hand, war sie der Premierminister, ohne dass der König sich dessen auch nur annähernd bewusst gewesen wäre. Unter dem Anschein, sich ausschließlich für die Komödie, die Literatur und Künste zu interessieren, verbarg die Marquise geschickt ihren politischen Ehrgeiz, ihre nicht zu zähmende Herrschsucht. Nur eine war es, deren hasserfüllter Blick die Dinge am Hofe Louis annähernd durchschaute, die scharf und klar beobachtete, wie zielbewusst sich die Marquise der politischen Fäden bemächtigte. Diese eine war Jeannes alte Feindin, Madame d'Estrade. Immer dringender warnte sie d'Argenson, mahnte sie zur Einschränkung seiner gehässigen Maßnahmen gegen die Pompadour. Sie predigte keinen Taubenohren. Der Minister wusste, er durfte der Geliebten trauen. Sie war eine zuverlässige und getreue Spionin, diese Frau, die die große Marquise ebenso glühend hasste, als sie ihm hingebend zugetan war. Einen Teil des Frühlings verbrachte Jeannes in kleiner Gesellschaft in La Salle, das des Königs Lieblingsaufenthalt geworden war. Der intime Charakter des Schlösschens sagte ihm ganz besonders zu. Der schmale, mit dichten Baummassen überhangende Kanal mit seinen Gondelfahrten, die rosenübersponnenen Lauben, die kleinen, rings um das Schloss verstreuten Gehölze mit ihrem weichen Moosboden, ihren Pfeilchen- und Maiblumenfeldern entzückten ihn immer aufs Neue. Jeanne veranstaltete zu Ehren des Königs kleine Feste, deren Charakter mit dem Charakter des Schlosses aufs Liebenswürdigste harmonierte. Schäferspiele auf den grünen, boskettumhegten Rasenflächen, improvisierte Balletts zwischen Grotten und springenden Brunnen, die Rameau aus dem Stehgreif entwarf, Musik im Schatten der Rosenlauben. Alexandra, ein blendend hübsches kleines Geschöpf mit immer munterer Laune, trug nicht wenig dazu bei, des Königs Stimmungen in La Salle zu beleben. Mancherlei Reisepläne wurden um La Salles halber aufgegeben, zu Jeannes innerer großer Befriedigung, denn ihre schwankende Gesundheit bedurfte mehr und mehr der Ruhe. Mit peinlichster Vorsicht und Rücksichtnahme verbarg sie ihre Leiden. Weder der König noch ihre Umgebung bemerkten etwas von dem entnervenden Herzklopfen und seinen Folgeerscheinungen, die sie oft nächtelang schlaflos machten. Sie hielt Körper und Nerven in eiserner Zucht. Nur die treue Osset und Dr. Quenet wussten, wie schwer die immer neuen Siege über den König von der Marquise erkauft wurden. Oft kam Louis XV, den die Staatsgeschäfte noch in Versailles festhielten, überraschend nach La Salle. Die Freude des Wiedersehens war dann doppelt groß. Seine Zärtlichkeiten, seine heißen Liebeswünsche, seine immer neuen Ekstasen kannten keine Grenzen. Jeanne musste oft ihre ganze Kraft, all ihre Energie zusammennehmen, um sich ihnen gewachsen zu zeigen. Eines Tages, um Anfang Mai, fand der König sich wieder unangemeldet in La Salle ein. Jeanne, die trotz aller Freundschaft für Voltaire sich des armen, halbvergessenen Crébillon angenommen hatte, war gerade im Begriff, nach Paris zu fahren, um der ersten Aufführung seines Catalina in der Comédie Française beizuwohnen. Wie Louis XIV den alten Corneille auf dem Théâtre du Palais-Royal hatte auferstehen lassen, sollte Crébillon durch Louis XV Gerechtigkeit werden. Louis, ausnahmsweise zu liebenswürdiger Selbstlosigkeit aufgelegt, erklärte, sich ein paar Stunden mit der Gesellschaft Alexandras behelfen zu wollen, die sich übermütig des guten Onkelkönig bemächtigte und versprach ihm, alle Neuigkeiten Lascelles zu zeigen. Es wäre Jeanne schwer angekommen, auf die Aufführung zu verzichten. Sie hatte Crébillon, der ihr erster Deklamationslehrer gewesen war, aus Armut und Vergessenheit gerissen. Sie hatte ihm eine Pension aus der Privatschatulle des Königs und freie Wohnung im Louvre erwirkt. Sie hatte die Aufführung Catalinas durchgesetzt. Nun wollte sie auch Zeugin des Erfolges sein und selbst die Anregung zu dem allgemeinen Beifall geben, den sie dem Sechzigjährigen von Herzen gönnte. Während Jeanne durch die blühende Landschaft nach Paris fuhr, lächelte sie ein wenig boshaft, wenn sie an den Ärger dachte, den Voltaire über die Aufführung des Catalina empfinden würde. Umso mehr, da der König auf ihre Bitten Crébillons Werk mit demselben Glanz an Kostümen und Dekorationen wie Voltaires Semiramis hatte ausstatten lassen. Sie sah den langen, hageren, hässlichen Menschen deutlich vor sich, wie er erbost den endlosen Tiraden über den alten Narren Crébillon herzog und ihnen den entferntesten Winkel der Hölle wünschte. Voltaires Eitelkeit vertrug absolut keine Konkurrenz. Er eiferte gegen jede ihrer literarischen Beziehungen und hatte ihr monatelang gegrollt, weil sie in seiner Abwesenheit Buffon, Montesquieu und Marmontel beim König eingeführt hatte. Schnell versöhnt durch eine neue Gnade hatte er ihr dann freilich mit galanten Versen gedankt, die sie mit ihrer ans fabelhafte Grenzen den Gedächtnistreue bewahrt hatte. Ainsi, donc, vous réunissez tous les arts, tous les goûts, tous les talons de plaire. Pompadour, vous embellissez la cour, le Parnasse et Suterre. Charme de tous les cœurs, trésor d'un seul mortel, qu'un son si beau soit éternel. So vereinen sie also alle Künste, alle Geschmäcker, alle Talente zu Gefallen. Pompadour, sie verschônern den Hof, den Parnassus und Kytera. Reiz aller Herzen, Schatz eines einzigen Sterblichen, möge solch ein schönes Schicksal ewig sein, sprach sie mit triumphierendem Lächeln vor sich hin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada